Microsoft Endpoint Manager – Aufbau einer Microsoft Intune Infrastruktur Herzlich willkommen zu einer weiteren Session. In der heutigen Folge geht es darum, dass wir das Auto-Enrollment einrichten für unsere Systeme, welche Bestandteil sind von unserem lokalen Active Directory, damit diese Systeme, die End-Systeme oder die Client-Systeme, wie Sie denen auch immer sagen wollen, dass diese dann auch Bestandteil sind in unserer Endpoint Manager Umgebung. Also lassen Sie uns doch gleich beginnen. Ich befinde mich hier im Microsoft 365 Admin Center. Lassen Sie uns zuerst einmal ein, zwei Punkte kontrollieren. Zuerst einmal navigiere ich zum Microsoft Endpoint Manager, ich navigiere zu Devices und dann zu All Devices. Was haben wir bisher? Integriert ein System, das Windows 10 Outside. Wir erinnern uns, dieses System wurde durch BYOD, Bring Your Own Device, hinzugefügt. Nun navigiere ich zum Azure Active Directory. Dann im Azure Active Directory navigieren wir zu Devices. Wir haben hier zwei Systeme, das Windows 10 Outside, wir sehen Azure AD Registered und das Windows 10 System Hybrid Azure AD Joined. Aber wir sehen, das Windows 10 System ist nicht Bestandteil vom Endpoint Manager. Das wollen wir nun ändern mit dem Auto-Enrollment. Dazu werden wir eine Gruppenrichtlinie einrichten und dann beim Windows 10 diese Gruppenrichtlinie anwenden. Zuerst aber einmal möchte ich Ihnen noch etwas zeigen, wie Sie den aktuellen Status vom Windows 10 System überprüfen können. Und zwar in der Eingabeaufforderung. Ich starte die Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten. Ich wähle zum Beispiel aus Ausführen und dann CMD. Oder wir können auch die Eingabeaufforderung suchen, spielt keine Rolle, wie Sie da vorgehen. Eingabeaufforderung, Rechtsklick und dann als Administrator ausführen. Die Eingabeaufforderung ist gestartet und jetzt verwenden wir DS REC CMD Slash Status. Wir erhalten eine Ausgabe. Ich navigiere nach oben und was mich interessiert einmal zuerst ist hier Azure AD Joined Yes. Das haben wir auch im Portal eben gesehen. Soweit klar. Wir werden diesen Befehl gleich später nochmals verwenden und dann sollten hier bei MDM URL die drei URLs eingetragen sein. Dann wissen wir, dass die Auto-Enrollment-Funktion funktioniert hat. Also ich schliesse nun diese Eingabeaufforderung. Nein, beziehungsweise wir können diese später gleich wieder verwenden. Also lassen wir die Eingabeaufforderung einmal stehen. Jetzt geht es wieder zurück zum Domain-Controller. Die erste Konfiguration, die wir machen müssen, das ist im Azure Active Directory. Ich navigiere also zurück zum Azure Active Directory und dann zur Übersicht. Und dann navigiere ich im Azure Active Directory ein wenig nach unten. Und zwar zu Mobility, da in Klammer MDM und MAM. MDM steht für Mobile Device Management. MAM steht für Mobile Application Management. Dann klicke ich auf Microsoft Intune und hier ist MDM bereits für alle aktiviert. Bei Ihnen wird wahrscheinlich None stehen. Sie können MDM auswählen für eine spezifische Gruppe oder Sie können es für alle verfügbar machen. Das habe ich bereits gemacht. Klicken Sie auf All und dann auf Save und dann ist diese Funktion aktiviert. MAM lasse ich mal weg. Das können wir später wieder aktivieren. Das ist einmal eine erste Vorbereitung. Nun richten wir ein Gruppenrichtlinienobjekt ein. Dazu navigiere ich zum Server Manager. Und dann im Server Manager klicke ich auf Tools und dann wähle ich Gruppenrichtlinienverwaltung aus. Die Gruppenrichtlinienverwaltung, die habe ich bereits gestartet. Die ist hier sichtbar. Nun können wir ein neues Gruppenrichtlinienobjekt verwenden und das dann direkt zuweisen zur Organisationseinheit Desktop. Also erstellen wir ein neues Gruppenrichtlinienobjekt direkt bei der Organisationseinheit Desktop. Ich wähle Gruppenrichtlinienobjekt hier erstellen und verknüpfen. Und das heisst dann ganz einfach MDM Auto Enrollment. Jetzt springt mir da der Cursor weg. Da hat meine VM, meine virtuelle Maschine ein kleines Problem. Lassen Sie mich schnell den Text einfügen. So, nun ist der Text da. MDM Auto Enrollment. Und ich wähle OK. Und wir werden das Gruppenrichtlinienobjekt direkt bearbeiten. Mit einem Rechtsklick, jetzt kommt da noch eine Meldung, die werde ich wegklicken. So, mit einem Rechtsklick wähle ich Bearbeiten aus. Wir öffnen den Gruppenrichtlinienverwaltungseditor, damit wir das besser sehen. Ich navigiere zu den Richtlinien und dann zu den administrativen Vorlagen und dann zu den Windows-Komponenten. Und bei den Windows-Komponenten suchen wir nun nach MDM. Ich navigiere da nach unten und hier haben wir MDM. Und nun wähle ich aus Automatische MDM-Registrierung mit standardmässigen Azure AD-Anmeldeinformationen aktivieren. Doppelklick und dann wähle ich Aktiviert aus. Und wir wählen nicht Geräte-Anmeldedaten, sondern Benutzer-Anmeldedaten. Das heisst also, wenn die Gruppenrichtlinie abgearbeitet wurde, dann kann sich der Benutzer mit seinem Microsoft 365 Benutzernamen anmelden. Wir haben ja die Benutzer synchronisiert und dann wird das Gerät entsprechend hinzugefügt beim Mobile Device Management, sprich beim Endpoint Manager. Ich wähle nun übernehmen und OK aus. So, und nun haben wir das Gruppenrichtlinienobjekt vorbereitet. Das Gruppenrichtlinienobjekt ist verknüpft mit der Organisationseinheit Desktops. Und in der Organisationseinheit Desktops sind ein System vorhanden, das Win10-System. Nun navigieren wir zurück zum Windows-10-System. Hier in der Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten verwenden wir GP Update Abstand Slash Force, damit das neue Gruppenrichtlinienobjekt direkt angewendet wird. Und ich werde zusätzlich noch das System schnell neu starten. Das ist nicht immer notwendig, aber damit die Gruppenrichtlinienobjekte vollständig abgearbeitet werden, ist ein Neustart sicherlich hilfreich. Also gehen wir zum Start, Rechtsklick und dann wähle ich Neustarten aus. Und nach dem Neustart werde ich mich mit einem Konto anmelden, welches im lokalen Active Directory vorhanden ist und auch gleichzeitig selbstverständlich hoch synchronisiert wurde ins Azure Active Directory. Und genau mit diesem Konto, mit dem Tim Godin, werde ich mich gleich anmelden. Das System ist neu gestartet und nun wähle ich mich an, und zwar hier als anderer Benutzer. Dann verwende ich den Tim.Godin, dann addwechsler.cloud. Ich habe mich noch nie an diesem System mit dem Konto angemeldet. Somit wird auch ein neues Profil eingerichtet. Tim Godin, willkommen. Das dauert nun ein paar Sekunden. Sie sehen, es wird ein neues Profil eingerichtet. Ich warte, bis diese Einrichtung abgeschlossen ist. Die Anmeldung ist abgeschlossen und jetzt überprüfen wir wieder mit der Eingabeaufforderung. Ich verwende hier die Suchfunktion Eingabeaufforderung. Und dann möchte ich die Eingabeaufforderung als Administrator starten. Wo haben wir die Eingabeaufforderung? Wird nicht angezeigt. Suchen wir über die Windows-Schaltfläche Eingabeaufforderung. Das ist der gleiche Effekt, selbstverständlich. Also, machen wir das Ganze anders, so wie ich es immer mache. cmd. Und dann werde ich aber die Eingabeaufforderung als Administrator nochmals starten. So, jetzt funktioniert das Ganze. Diese Eingabeaufforderung werden wir schliessen. ds.rec.cmd. Slash. Status. Und ich navigiere nach oben. Und nun erwarte ich in der Ausgabe genau, dass wir diese drei URLs sehen können. mdm-URL, mdm-to-URL und mdm-compliance-URL. Diese drei URLs sind eingetragen. Und das zeigt mir an, dass nun das System auch im Endpoint-Manager sichtbar sein sollte. Ich sage sollte, aber es wird so sein. Wir schliessen bzw. wir minimieren die Eingabeaufforderung. Ich navigiere zurück zum Domain-Controller. Dort habe ich die Administrationsportale gestartet. Wir sind hier im Microsoft Endpoint-Manager. Ich navigiere zu Devices. Dann wähle ich All Devices aus. Und siehe da, Windows 10 ist nun im Endpoint-Manager enthalten. Wir sehen unter Ownership steht Corporate. Wir haben erfolgreich in dieser Session, in dieser Folge, das Auto-Enrollment für unsere Organisation eingerichtet.